So, liebe Freunde der Starkraft Unterhaltung, da ich die letzte Runde so wunderschön gewonnen habe mit Zerg, habe ich mir gedacht, ich traue mich noch mal eine Runde mit Terran. Aber auch da, ich sage euch so, ich bin nicht gut, allgemein nicht und schon mal gar nicht mit Terran und Prodos. Ich habe so selten Terranor und Prodos gespielt, ich war Zerg only, for years, for years, dreimal, so. So, immer nur Zerg gespielt und ich habe ja 3 Jahre oder 4 Jahre gar kein Starcraft gespielt. Und deswegen, boah, Terran vs. Terran, ich sage euch eine Sache, der wird Platin sein oder so. Ich werde richtig abstinken, ich werde richtig abstinken, ich werde richtig hart verlieren, aber es ist wie es ist, Leute. Ich schicke mal hier einen hin, für eine Proxy vielleicht. Hi, I am new. Ah, die sind nochmal die Commands. Gott, ey. Ich bin so bad, ne? Hi, I am new. Benötige weitere Popos, Mann. Ich kann ja wohl nicht mehr. Ah, jetzt blocken mich die Popos. Komm, Junge. Du bleibst schön hier, du machst das nächste Popo. Und du machst hier schön eine Proxy rein. Hier hin. Boah, ich habe echt Schiss, ne? Ehrlich, ey, ich habe echt Schiss. Was soll ich euch sagen? Ich habe richtig Schiss. Der macht mich kaputt. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, so viel Gas zu meinen für Reaper, aber ich mache es einfach mal. Boah, ist das langsam, Junge. Ich mache den mal runter und der soll danach hier hin gehen. So, jetzt mache ich das wieder hoch. So. Komm, mach hin, Junge. Ich kriege hier, ich kriege dir, ich bin nervös. Ich kriege es einfach. Was soll ich sagen? So. Aha. Der ist fertig. Mache ich hier noch einen hin. Und da mache ich mal, äh, oh, Reaper, Kosten der Diesen. Okay, da mache ich mal so. Oh Gott, das war, glaube ich, ein Fehler, ne? Oh Gott, das war, glaube ich, ein Fehler, ne? Ah, das dauert doch alles zu lang. Egal. So. Das dauert alles viel zu lang. Ich glaube, ich bin richtig schlecht. Ich werde bestimmt verlieren. Egal. Ihr seht schon, positive Einstellung, ne? Positive Einstellung. So, die lege ich mir jetzt alle auf 4. Und dann geht die Reaper-Produktion einfach mal los. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Erweiterung fertiggestellt. Bums. So. Der macht auch schon einen Reaper. Der macht immer 2. Und der macht gleich auch nochmal einen Reaper. Und dann geht es richtig ab, Leute. So. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen Noob-like. Aber ich sage mal so. Win ist win. Und, äh... Also mehr kann man jetzt wirklich nicht vom Meer erwarten, ne? Komm, wir scannen da mal einfach rein. Aha. Marines. Rache, serviert man kalt, Leute. Komm, komm, komm. Da müssen noch ein paar mehr kommen. Ich weiß jetzt nicht, wann ich den Go machen soll. Ah, jetzt habe ich mein ganzes Gas aufgebraucht, ne? So, ich warte, bis das hier alle kommen. Der Tod kommt von oben. Ja, ich warte, bis die zwei durch sind, oder? Rache, serviert man kalt. Komm, 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 komm Tja, ich habe nicht nur im ZVT Probleme mit Tanks. Ich habe immer Probleme mit Tanks. Es war richtig schlecht, Leute. Was ist denn das überhaupt? Was lachen, weil es so kalt. Ja, ja, ich gehe schon. Schon unterwegs. Los geht's. Was lachen, weil es so kalt. No chance. Ja, was soll ich sagen? Peinliche Nummer. Ah, ich bin halt richtig bad mit Terran. Platin-3-Terran. Ja, ist ja klar. Da komme ich nicht gegen an. Ach, wehrt der Armee, ne? Schon wieder verloren gegen Tank. Kann man nichts machen. Peace out.